In dem Moment, in dem ich in einer Welt, in einem Raum sein möchte, muss dieser Raum natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise klingen. Und wenn ich keinen Klang habe und ich keinen Ambient-Sound habe, dann bin ich auch nirgendwo, sondern dann bin ich in irgendeinem Raum, wo ich ein VR-Headset aufhabe. Das heißt, natürlich ist es elementar wichtig, dass diese Räume, die ich da behaupte, in meiner visuellen Ebene, dass die auch in irgendeiner Form in der auditiven Ebene behauptet werden, und zwar mit genau derselben Stärke. Und, und das ist, was es, glaube ich, sehr interessant macht in diesem Projekt, in einer ähnlichen Abstraktion. Das heißt, dass man einerseits mit sehr konkreter Semantik arbeitet, also sehr, sehr Bilder, die man von irgendwoher kennt, wo man sagt, ah, das sieht so aus wie, weiß gerade nicht, aber ich glaube, ich weiß, wie das aussieht. Und das gibt ja so eine Schwammigkeit und dann fängt man an, sich irgendwo zu fühlen, was wir gar nicht gestaltet haben, aber was von den Leuten dann wie so mit reingebaut wird. Und genau dasselbe ist in der Audio-Ebene ja dann auch, dass man genug Dinge hat, wo Leute sich festhalten, wenn man dann sagt, ah, ich glaube, das klingt so wie 5000 Meter unter Wasser, obwohl niemand 5000 Meter unter Wasser irgendwas gehört hat. Also vom Sound her habe ich einerseits die analogen Geräte, die wir angeschlossen haben, diese Quartzbox, andererseits das Aquarium, hier mal Sound gecaptured. Die können dann auch eingebaut werden. Andererseits arbeite ich auch, dass ich eben dieses Setup als Bild capture und dann daraus den Sound aus dem Bild generiere. Und wozu dient es? Es soll die Immersion verstärken und soll authentisch dem Stück gegenüber sein, um den Viewer noch mehr in die Welt reinzuziehen. Wir hatten mit Christian auch darüber gesprochen, dass es viele verschiedene Arten von Mischungen und Sounds gibt. und jetzt auch im technischen Bereich auch nochmal vorbereitet. Eine der Dinge, die wir gemacht haben oder ausprobieren wollten, ist, dass die Sequenzierung der Einzelbilder damit zu tun hat, wie schnell ich mich bewege in der VR. Und das könnte natürlich auch mit dem Sound gemischt werden, dass man erstmal sagt, die Lautstärken haben damit zu tun, wie schnell ich mich bewege. Also nicht, dass alles immer nur laut oder leise wird, aber dass diese Art von sinnlichem Stress vielleicht tatsächlich durch die Spielerin reguliert werden kann, die dann das Headset auf hat. Und ich glaube, da spielt der Sound genauso eine Rolle. Aber es klingt für mich, wie wenn man ein Mikrofon durch den Wind ziehen würde, was ja auch Sinn macht, wenn man sich den Kopf schnell bewegt und es windig draußen oder so. Und genauso klingt es bisher für mich, wenn man den Kopf dreht. Und das erzeugt eigentlich eine ganz schöne Form von Realität. Also wenn ich den Kopf drehe, habe ich wirklich das Gefühl, ja, da ist es irgendwie, ich bin in einem Raum, wo Wind ist, wo Luft ist, und ich drehe meinen Kopf, wie genau das dann mit den Visuellen oder mit den Loops zusammenspielen wird, das weiß ich noch nicht, ob zum Beispiel das Displacement noch vertont werden soll oder die einzelnen Animations-Loops. Was auf jeden Fall ja noch kommen wird, das ist das Interview. Und das wird eigentlich dann so stattfinden, dass wir die Soundfiles vorher haben und da dazu dann animieren. Und dann glaube ich, dass auch noch versucht werden wird, das Interview in diese virtuelle Welt einzubetten. Das heißt, dass man im Hintergrund wahrscheinlich dann eventuell Maschinengeräusche oder irgendwie auch Windgeräusche oder von einem Berg Steingeröll oder sowas in die Richtung hören wird. Aber wie genau das aussehen wird oder sich anhören wird, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Und gleichzeitig wollen wir ja die Dramaturgien des Dokumentarfilms irgendwie nutzen. Und das heißt, dass wir auch genug Möglichkeit geben müssen, im Sound und im Ton und im Audiobereich diese Zuschreibung, Aha, ich sehe gerade, hier ist jemand interviewt worden, dass diese Zuschreibung auch stattfinden kann. Und da versuchen wir zum Beispiel, als wir diese Aufnahme gemacht haben von der Sprecherstimme, die Person, die die Fragen gestellt hat, hat eben nicht ein eigenes Mikro angehabt, sondern war halt woanders im Raum bei dem Mikro. Und das hat eine sehr eigene Klangqualität. Und das kennt man eben aus Dokumentarfilmen, wo nach einer halben Stunde irgendjemand sehr viel geredet hat und dann plötzlich ganz still ist. Und dann hört man so eine schlecht abgemischte Stimme aus dem Off, die nochmal fragt, und wie fühlen Sie sich jetzt damit? Und das hat aber eine ganz andere Klangqualität. Und dann weiß man sofort, ah, das wird die Redakteurin sein oder der Redakteur oder wie auch immer. Und das wollen wir, glaube ich, benutzen. Das ist ja wie so eine Art Zeiger, dass das ein Dokumentarfilm ist. Das hätte man ja besser aufnehmen können. Also das ist ja nicht drin, weil wir nicht genug Mikrofone hatten, sondern weil wir genau auf diese Qualität zeigen wollen und sagen wollen, erinnert dich das nicht an einen Dokumentarfilm? Ich glaube, es gibt dann schon noch Möglichkeiten zu überlegen, wie kann auch so das Interview, wie könnte auch, darüber hatten wir auch mal gesprochen, zum Beispiel eine andere Sprache gewählt werden, wo man aber die deutsche Sprache, die wir jetzt haben, als Voice-Over dann dazugeschalten bekommt. Das ist dann nochmal stärker auch wie so ein N24-Doku oder so, wo man ja immer so den Ton der Sprecherperson immer dann so weg macht und dann so dieses Voice-Over drüber, wo man sich auch immer so ein bisschen nervt, weil man eigentlich zuhören möchte. Und wenn das zum Beispiel tschechisch wäre oder wie so nochmal einen geografisch anderen Kontext verorten könnte, das fände ich super spannend. Bei der Interviewsituation ist es wahnsinnig wichtig, weil das ist auch der Leitfaden und eigentlich versteigt eher nur die Geschichte. Und die Geschichte wird eigentlich erzählt da über den Audio-Kanal. Da kriegt man diese ganze Info und die Pixelation dient eigentlich nur dazu, dass man das alles mit einer Person verknüpfen kann und dass die ja wirklich da ist, dass die 3D ist. Das unterstützt eher das Bild-Audio. Und in die Räume, die wir gebaut haben, ist es eigentlich genau umgekehrt. Da ist der Sound relativ im Hintergrund, würde ich sagen, aber auch sehr wichtig für das Gesamtbild. Weil wenn du da in diesem komplett leisen oder überhaupt komplett stillen VR-Räumen stehst und alles ist perfekt generiert und du kannst dich mit nichts connecten. Und jetzt ist es ja so, dass du auch mit deiner Kopfbewegung wieder den Sound steuerst. Das heißt, du bist auch wieder in Kontrolle, was du eigentlich hörst, bis zu einem gewissen Grad. Und das ist schon sehr wichtig, um den Raum wohlzunehmen, um in die richtige Stimmung zu kommen, sowohl bei der Dokumentation als auch in diese Räume. Der Sound ist immer extrem wichtig und das sieht man einfach da auch wieder. Und das ist ja so,